Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Thema Differenzialrechnung. Diesmal geht es um Extremwertaufgaben. Schauen wir uns mal an, welche Schritte bei den Extremwertaufgaben notwendig sind. Als erstes sollte man auf jeden Fall mal die Hauptbedingungen aufstellen können. Der nächste Schritt wäre dann die Nebenbedingungen aufstellen. Als dritten Schritt kommt dann das Umformen der Nebenbedingungen. Als viertens muss man dann diese Nebenbedingungen in die Hauptbedingungen einsetzen. Und der letzte Schritt ist dann eigentlich nur noch die Berechnung der Extremstelle der Zielfunktion, die sich daraus ergibt, indem man eben die Nebenbedingungen in die Hauptbedingungen einsetzt. Schauen wir uns das Ganze am besten anhand eines Beispiels an. Wir haben hier jetzt einen Bauern, dem stehen 80 Meter Zaun zur Verfügung. Er möchte eine größtmögliche Fläche für einen Garten abstecken mit diesem Zaun, wobei eben eine Seite durch eine Mauer begrenzt wird. Wir haben da hier auch eine ganz, ganz hübsche Skizze dazu. Wir haben hier die Mauer, unseren Garten. Nachdem das ein rechteckiger Garten ist, sehen wir natürlich, wir haben hier die Seite B, hier auch nochmal die Seite B und das wäre die Seite A. Aber ihr könnt sie im Grunde genommen genauso auch umgekehrt benennen, wie es euch beliebt. Das heißt, als erstes haben wir gesagt, wir müssen die Hauptbedingungen aufstellen. Die Hauptbedingungen wären in unserem Fall die Fläche, die soll ja maximal werden. Das heißt, der Flächeninhalt von einem Rechteck ergibt sich nun eben aus A mal B und die soll eben maximal sein. Das Problem bei den Extremwetteraufgaben ist dann in der Regel eben die, dass meine Hauptbedingung aus mehreren Variablen besteht, A und B, von denen ich derzeit noch keine einzige kenne. Deshalb gibt es eben diese Nebenbedingungen. Die Nebenbedingung wäre in unserem Fall eben der Umfang. Wir wissen ja, wir haben 80 Meter Zaun zur Verfügung. Und die verteilen sich auf die Seite B, die Seite A und nochmals die Seite B. Das heißt, unser Umfang besteht aus A plus 2B und dieser ist 80 Meter lang. Was bringt mir diese Nebenbedingung? Ich kann jetzt diese Nebenbedingung umformen, sodass ich entweder A ist gleich oder B ist gleich ausdrücken kann. Wobei sich hier natürlich es rentieren würde, wenn man auf A umformt. Das machen wir jetzt auch. A ergibt sich aus 80 minus 2B. Also ich bringe die 2Bs rüber auf die andere Seite. Und jetzt kann ich eben in die Hauptbedingung statt A 80 minus 2B einsetzen. Was bringt mir das? Ich erhalte dadurch meine Zielfunktion, nämlich 80 minus B in Klammer mal B. Kann das Ganze auch noch ausquadrieren, also ausmultiplizieren die Klammer. Dann habe ich minus 2B Quadrat plus 80B. Was bringt mir das? Ich habe jetzt im Prinzip nur noch eine Funktion, die nur noch aus einer einzigen Variablen besteht. Das ist quasi unser X und damit kann ich jetzt natürlich arbeiten. Das heißt, ich habe eine Funktion A von B, die eben minus 2B Quadrat plus 80B lautet. Wenn ich jetzt eben eine Extremstelle berechnen möchte, muss ich natürlich die erste Ableitung bilden und diese 0 setzen. Das heißt, wir haben jetzt hier minus 4B plus 80 ist gleich 0. Wenn ich das jetzt umforme, bringe ich die 80 als erstes mal rüber. Das heißt, ich habe minus 4B ist gleich minus 80. Und somit ergibt sich für B dann 20, indem ich hier durch minus 4 dividiere. Das heißt, ich könnte jetzt einmal grundsätzlich sagen, meine Seite B sollte 20 Meter sein. Allerdings sollte man natürlich überprüfen, handelt es hier sich tatsächlich um ein Maximum oder nicht. Das heißt, wir müssen diese 20 noch in die zweite Ableitung einsetzen. Hier kommt minus 4 raus, weil die zweite Ableitung grundsätzlich nur noch aus minus 4 besteht. Das heißt, minus 4 ist kleiner als 0. Und deshalb muss es sich um ein Maximum handeln. Jetzt kann ich mir natürlich wieder mein A ausrechnen. A hatten wir vorher festgelegt mit 80 minus 2B. Jetzt kann ich mein B, das ich mir gerade ausgerechnet habe, einsetzen und weiß, 80 minus 2 mal 20 ergibt nun mal 40 Meter. Das heißt, mein A ist 40 Meter lang, mein B 20 Meter lang. Lasst euch von der Skizze nicht täuschen. Die ist jetzt natürlich ein bisschen verkehrt rum aufgestellt. Aber unser B ist 20 Meter, unser A sind jetzt 40 Meter. Und somit habe ich eine gesamtmögliche Fläche von 40 mal 20, also 800 Quadratmeter, die ich maximal mit 80 Metern Zaun aufstellen kann. Das war es schon wieder. Einfach auf die Seite www.tago.at schauen. Dort findet ihr wieder das dazugehörige PDF und natürlich wie immer viele, viele weitere nützliche Videos. Also, das war es schon wieder das Einfachung. Vielen Dank.